Nämlich was er fühlt, wenn er ein Millionen-Objekt günstig ersteigert hat. Dann klingt nicht Liebe. Liebe. Jungs, ich weiß doch, was Liebe ist da. Ich kenne auch Liebe. Liebe. Wir lieben uns. Wir lieben unser Geld. Die Frankfurter Immobilienhändler haben vermutlich tausende gutgläubige Investoren betrugen. Und damit ihren exzessiven Lebensstil finanziert. So überdimensional, wie das da war, das habe ich noch nie erlebt. Am liebsten feierte man sich selbst mit dem Geld anderer. Es ging nur um Luxus. Ausschließlich um Luxus. Tausenden Anlegern verkaufte S&K Anteile an Fonds und Immobilien. Es geht um hunderte Millionen, die jetzt zum Großteil weg sind. Die Frage stelle ich mir immer noch, was ist jetzt mit meinem Geld? Grundsätzlich, ich würde heute nicht noch einmal so ein Geschäft machen. Im Februar endet der Höhenflug in der Untersuchungshaft. Der Vorwurf ist, dass Anlagegelder im Sinne eines sogenannten Schneeballsystems eingeworben wurden. In der vorgefassten Absicht, die entsprechenden Renditen nicht auszuzahlen. Der Frankfurter Inkasso-Unternehmer Hans Glassel soll für das Ehepaar Hoffmann Geld eintreiben. 60.000 Euro haben die beiden bei S&K angelegt. Im Vertrauen auf Hochglanzbroschüren der Firma. Wenn Sie diese Prospekte sehen, dann, ja, von der Aufmachung her, haben Sie da keine Zweifel, dass da Millionen Werte drinstecken. Und dann, ja, von der Aufmachung her, und dann, ja, von der Aufmachung her, und dann, ja, von der Aufmachung her, Vielen Dank. 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 in Toronto. We are still at the floor here on second day of the PDIC in Toronto and with me here is a new company, a shooting star here in the Lithium sector, Lithium X and Brian Pes, the founder and CEO of the company will give us a short introduction. Good morning, good morning, thank you, thank you. And it is. We also has a pre- and we're done by Albuquerque, which is a company, and we're done by Albuquerque, which is a part of the company, and we're done, and we're done, and we're done. in 2012, and we're done. huge for a young guy like me getting started and uh and we're having a lot of fun and we're building a lot of market cap as we do it perfect yeah i'd love to hear it that's great so let's dive into your so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.